160.000 habe ich euch schon... 160.000 habe ich heute schon ganz recht geschafft. Ja, den kicken wir auch noch mal, wenn man sich für den Job und Kontrollen hat. Achso. Mann, oh! Ich baub da, was es liegt daran, dass hier der Tonlauf ist. Mit zwei Geräten gleichzeitig. Da, da, da! Da, da, da! Ja, gut, normal ist man so. Dann sieht es wohl ganz vernünftig aus. Oh, okay. Jetzt ist es viel gedreht! Jetzt ist es viel gedreht! Oh nein! Dann sieht es ja doof aus. Was habe ich getan? Einen für den Stau, du musst ja erstmal nachmachen hier. Wenn ich nicht weiß, dass du schon Glück bist, dann ist das ja kein Problem. Okay, ich hab jetzt gedacht, das wären 3. Okay, ich hab jetzt gedacht, das wären 3. Das Ding darfst du auch vorhin spielen, dafür schießt man sich nicht so leicht. weil ich immer hier so schlecht spiele dass ich meinen Namen gar nicht erst eintrage, traue ich mich gar nicht. Ja, wenn die Konsole aus ist, dann ist der Name noch weg. Ja, das ist der andere Grund. Doch sicher gar nicht. Ja, aber irgendwer muss den Punkt ja gemacht haben. Katharina. Die die ganz am Anfang darstellen muss. Ja. Die sind immer wieder die gleichen. Die wollen da einschleizen immer wieder die mit dieser 10.000 und was das ist. Aber die musst du doch geschlagen haben. Ach so, ja die, aber stattdessen steht einfach nichts oder so drin. Ja. So, jetzt habe ich bestimmt wieder 165.000. Jetzt mal erreichen, bevor ich morgen auch bald. Ja. No, was ist das? Da habe ich jetzt verschwärten. Ich brauchte mal einen Tee. Das kommt aber keins. wahrscheinlich kein kriegst du nicht mehr das wird doch schon wieder nichts mehr wenn da gute steine kommen dann kannst du das irgendwie so gerne aber da kommen normalerweise keine guten steine es kommen die gute steine programmiert das meine ich hier ganz komplett runter warum bis auf das ding es war natürlich falsch gespielt weil du jetzt so weit auflegen müssen dann schon ein es geht doch alles 100.000 punkte vor langer zeit hat man im chat gesagt dass es unten gut aussieht das geht jetzt auch noch das sieht mal wieder gut aus nein oh gott jetzt sieht es nicht gut aus wenn man sich da an die 5 minuten alten chats klammern muss um nicht definiert zu sein das sieht doch gut aus kann ich gucken jetzt sieht es doch aus ne 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 das sieht schon sehr gut aus ach da kannst du warum kommt denn hier kein i was ist denn das für ein verfreundet muss man sich auch mal was ist denn das für ein ns-titles verfreundet muss wenn ich auch mal Zeit nehme wenn es gerade nicht passt so noch mal ein tetris jetzt bin ich schon wieder fast bei meinen 160.000 dann kann ich ja wieder sterben so 161.000 dann sehe ich diesmal länger überleben sieht schon wieder scheiße aus toll du weißt ja immer die richtigen steine kriegen würde na vielleicht geht es aber jetzt kann man hier nochmal ein tetris jaa tetris ich braue jetzt jetzt gut aus müssen auf jeden fall aber das merke ich mir das ist gut für die nächste moderation solltest du das merken da heißen nicht mal tetris sondern stäbe stäbe klingt gut hier fehlen stäbe mir auch so zack so fast 200.000 aber jetzt ist natürlich wo das noch gar nicht fertig ist kommen hier die stäbe vielleicht heißen die einfach in der schweiz auch nie habe ich jetzt gebaut ich brauche mehr stäbe ich brauche mehr stäbe dann kann ich auch deine punkte schlagen so jetzt geht es los jetzt geht es los jetzt geht es los ich hab dir einen starb falsch gemacht ich glaub du bist ich glaub du bist tot dann sagt wer mich so 241.000 ich weiß nicht mehr was deine punkte aber es 270.000 ach ne das schaffte ich nicht dann bräuchte ich noch zu viele stäbe könnte ich mal wieder so einen stab gebrauchen aus sortieren das hat noch aha hier ich hab hier gar nichts mehr neuer starb hm brauchst du zwei stäbe ja oder ne jetzt hättest du das T reingesetzt und hättest du deinen Tetris fertig gehabt och man das war Absicht das war Absicht ich habe schon gesehen dass das nächste Teil da super hinpasst ja das war komisch aus aber aber jetzt hätte ich so geworfen ja 30.000 ja mal nicht auf Doppelstab verlassen ist natürlich genau andersrum gekommen ja jawoll nein das ist ein einzelner nein da kriege ich doch keine punkte für einzelner ja 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 ich glaube ich muss jetzt noch in den nächsten 300.000 ein paar sterben nein 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 so jetzt ist das spannend eigentlich na jetzt kommt doch der teil wo man sich noch so richtig extra punkte verdienen kann wo es gleich schnell wird jetzt mal da um tetris gesetzt nein jetzt machst du wieder singles zu defensiv dafür lebe ich noch aber du musst viel länger leben um überhaupt punkte zu kriegen das muss ja jetzt jedes spiel schaffen jetzt kann man jetzt kommen ich drücke so selten nach oben ich drücke mal bei tetris nach oben in diesem tetris ne oder ne das geht nicht ich habe schon die ganze zeit versucht nach oben zu drücken passiert einfach nichts ne funktionslos da 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 Vielen Dank.